die sind nicht gerade viel Neuer und mehr ist halt nicht aber keine Fackeln, warte mal wo ist immer denn? Ach hier unten Apropos Fackeln Ach nee, stimmt ja Die sind ja in der Lava So, schau auch einen Mining Turtle Na, den kannst du ja warte mal 3 macht er bereit zwei jahres nach jürgen sitzen ja bisschen kacka hingestellt wieder kacka hingestellt ach ja so muss das stehen so ich hab mal was rein was vom befehl einfach tunnel tunnel und dann leerzeichen und dann die länge vom tunnel also wie viele blöcke der mann lassen gemacht 40 so auf geht's kollege ja und so sahen auch meine ersten stunden auf dem ultimate aus wo halt die neue map aufgespielt wurde drei turtles gebaut tunnel eingestellt mal da in die rand mal da in die rand wenn ihr guckt halt der ender chest bei ihr habt und dann gleich immer ab ins lager ich muss sagen echt für nikolit ja geile ist ja später können wir aus dem nikolit können wir diamant gewinnen ach wir können aus nikolit diamant machen er ist durch direkt kannst du halt weil diese nikolit hat einen gewissen ansatz oder sagen gewissen prozentsatz an diamant staub drin und wenn du die bauern zu spieler sind industrial greiner der spurt teilt wenn du halt diese ordnimmst aber du musst aber erzählt abbauen aber waren wo waren ich habe die roten striche schon wieder f9 du hast du dann bei dir war es nicht bei klubig auf null war oder ja 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 danke ich kenne mich besser aus mit dem richter als du dich ja bei f9 wäre es schlecht gewesen ist ja auch damit hast du ja ja normalerweise ist ja f9 aber du hast ja glaube ich denn sollte ich meine haben wir das letzte mal irgendwie sagt ihr habt auf den rumblock legen weil die tasten halt nicht belegt waren doch so scheißt hörte sind diamanten ach man ey so auf kratzer wie weit ist dein kollege naja mal ein bisschen dicht machen hier kohle und gravel und 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 kies super gravel und kies ist dasselbe gravel und erde ach es ist einfach zum heulen gravel und erde ach es ist einfach zum heulen ist ja nicht die möglichkeit ich sehe hier gar nichts mehr nein au jetzt hat er mich gehauen also ich kann auch gut sehen muss man die breiters hoch stellen äh die ist glaube ich auf bisschen besser mann 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 ist das ätzend gibt es doch gar nicht mensch und sonst ein schwank aus der jugend aber jetzt kann ich euch versprechen wenn wir jetzt noch einen diamanten finden oder wenn wir jetzt die arbeit finden dann geht es scharf dann können wir zumindest erstmal wieder ein bisschen loslegen hier vor allem dann können wir die turtles dann können wir die turtles alleine machen lassen ja dann können wir die auf dem größeren radios einstellen ja weil vorher sind die halt so 15 gelaufen halt wie ähm wenn ein chunk stück groß ist ja und dann können wir den später dann kannst du ihn auf 120 laufen lassen oder so dann macht er halt ne areal von 120x120 bis runter auf bedrock das schafft nicht mal ein quarry so meine 40 sind erreicht ja warte 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 und weiter geht hast du mal 40 ja ja du dir ist und wenn du jetzt Programme weil du jetzt vorher mal geschrieben hast brauchst du musst du die Pfeiltasten nehmen auf deiner Tastatur und dann nach oben und unten drücken hm dann kannst du halt das immer das geschriebene kannst du dann aufrufen nochmal ich glaub deiner ist in der Höhle aber ich geh in die ganze Zeit nur noch mit einem halben Herz rum hm warte mal hier Kartoffel jetzt hab ich aber selber noch zwei doch keine Höhle ist die wohl über uns ja vor allen Dingen ist mein Canvas mein Canvas Back auch weg ach ist das ätzend hm 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 durfte gleich soweit sein macht der überhaupt weiter oder steht der eh Ne, der bittelt noch. Ach, hast du meinen schon mal leer gemacht? Hm. War aber nichts drin, außer Redstone und Nikolai. Na, und hier XY-Bessel. Ach, kann nicht sein, dass hier keine Diamanten zu finden sind. Weil ich glaube, den ehen Diamanten, den wir da haben, den haben wir oben aus der Schmiede rausgekriegt, oder? Ja, gleich ganz am Anfang. Nein, da war. Also, auf jeden Fall ist es jetzt hell. Scheiße. Ah, den Meining-Turtel stört das nicht, oder? Nö, der brennt er durch. Den ist die Lava, ja. Ist halt bloß scheiße, wenn jetzt irgendwie der jetzt in der Lava stehen bleibt irgendwo, dann kommst du nicht mehr ran. Ja, gut, muss man halt muss man es halt wegbauen. Mann, ist das eine Mistkacke. Kann doch nicht wahr sein. Na, wie machen wir es, hä? Ja, ich hab keine Pick-Ax bei. Mach mal da. Bisschen, bisschen platzieren. Schubs ich dich. War's dir. Eins. Zwei. Hör ja auf. Schubs. Hab die ganzen Rohstoffe. Ach, du meine Frosse. Meiner steht in der Lava. Klug meiner auch. Sauber, es läuft heute, oder? Wäre ja auch langweilig, wenn es immer zu glatt laufen würde. Ja. Iiii,agers. Nee. Entschuldigung. Ahh, dasует auf dem Bildschirm. Wow, oh, oh, fuck, 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 fach, 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 wach, fach, 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 fach. Sprensch, 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 sprensch. Sprensch, 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 sprensch. Immer auf, zu brennen jetzt. Oh, Mann. Keine Wunschwürste. aber wie ich mir gedacht hat der turkel ist nur unter der lauer stehen hier blieb scheiß ding bitte wo kommt denn die scheiß lava her ja hier oben ist um sie heute im kiener sehwesen sie ist tot sie ist tot oh oh vorsicht geht nicht reichs nochmal ab wen die Brücke und lass uns mal die Turtles nehmen und mal eine Reihe versetzen was auch du bist Wo ist er denn? Da unten. Ähm... Kein Platz mehr? Kein Platz mehr. Das ist aber ein Mist. Ein Mist, ein Mist, ein Mist. Ich hab mal ne Fackel hingelegt. Was ist denn du jetzt? Ach so. Hallo. ja genau die vorne hinsetzen genau vor dir das eine 40 oder 50 40 ja oder 50 50 50 50 80 einnehmen können wir haben jetzt zwei mal 40 fahren lassen hmm